Liebe Kinder, ich schaue euch an und danke Gott für jeden von euch, weil er mir erlaubt, noch bei euch zu sein, um euch zur Heiligkeit anzuregen. Meine lieben Kinder, der Friede ist gestört und Satan will Unfrieden. Möge euer Gebet daher noch stärker sein, damit jeder unreine Geist der Spaltung und des Krieges verstummt. Seid Erbauer des Friedens und Träger der Freude des Auferstandenen in euch und um euch herum, damit das Gute in jeden Menschen siege. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Musik 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 Musik